Der Prolog von Urit vom 29. Oktober Gedenken Die heilige Märtyrerin Anastasia wurde in Rom geboren. Ihre Eltern gehörten zum Adel und die starben, als Anastasia drei Jahre alt war. Als Weise wurde sie in ein Frauenkloster in der Nähe von Rom gebracht, dessen Äbtissin Sophia eine Nonne von höchster Vollkommenheit war. Nach 17 Jahren war Anastasia unter den Christen als große Asketen bekannt und unter den Heiden für ihre seltene Schönheit. Probus, ein heidnischer Gouverneur, hörte von Anastasia und schickte seine Soldaten, um sie zu sich zu bringen zu lassen. Zwei Stunden lang gab die gute Äbtissin Sophia Anastasia Ratschläge, wie sie den Glauben bewahren, Schmeicheleien widerstehen und die Folter ertragen können. Anastasia sagte zu ihr, Mein Herz ist bereit, für Christus zu leiden. Meine Seele ist bereit, für meinen gütigen Jesus zu leiden. Vor dem Gouverneur bekannte Anastasia offen ihren Glauben an Christus den Herrn und als der Gouverneur versuchte, sie vom Glauben abzubringen, zuerst durch Versprechungen und dann durch Drohungen, sagte die Märtyrerin zu ihm, Ich bin bereit, für meinen Herrn nicht nur einmal, sondern, oh wenn es nur möglich wäre, hundertmal zu sterben. Als sie entkleidet wurde, um sie zu demütigen, rief sie den Dienern zu, Peitscht mich, schneidet mich auf und zerreißt mich, bedeckt meinen nackten Leib mit Wunden und bedeckt meinen Scham mit Blut. Sie wurde geschlagen, aufgeschlitzt und zerschnitten. Zwei Mal erfand sie großen Durst und bat um Wasser und ein Christ namens Girelos gab sie zu trinken. Dafür empfing sie den Segen des Materiums Christi und wurde von den Heiden enthauptet. Anastasia Brüste und ihre Zunge wurde abgeschnitten, doch ein Engel Gottes erschien und heilte sie. Schließlich wurde sie außerhalb der Stadt enthauptet. Die selige Sophia fand ihren Leib und bestattete ihn ehrenvoll. Anastasia wurde mit der Krone des Materiums während der Herrschaft des Dezios gekrönt. Der Gott geweihte Abramius, der Einsiedler, und seine Nichte Maria. Von seinen Eltern gezwungen, heiratete er, doch am Tag seiner Hochzeit verließ er seine Braut, sein Elternhaus und seinen ganzen Besitz und zog sich in die Wildnis zurück, um ein Leben strenger als Käse zu leben. So mühte er sich 50 Jahre lang und verließ sein Gerlion während dieser Zeit nur zweimal. Das erste Mal verließ er auf Anordnung seines Bischofs, um ein heidnisches Dorf zum christlichen Glauben zu bekehren. Das zweite Mal, um seine in Ausschweifung gefallene Nichte Maria zu retten. Er entschlief in Frieden im Jahr 360 im Alter von 70 Jahren. Siehe nach folgenden Betrachtung. Der gottgeweihte Märtyrer Timotheus von Esfirmenu stammte aus dem Dorf Gesana in Thrakien. Er war verheiratet und hatte zwei Töchter. Seine Frau wurde von den Türken geraubt und trat zum Islam über. Um seine Frau vor den Harem zu retten, gab er vor, Moslem werden zu wollen. Nachdem er seine Frau gerettet hatte, brachte er sie in ein Kloster, während er in die große Labre auf dem Berg Athos ging und dann in das Kloster Esfirmenu. Er wünschte das Materium für Christos wie Agathangelos von Esfirmenu und wurde am 29. Oktober 1820 enthauptet. Sein Leib wurde in den Fluss geworfen, doch seine Kleidung wurde zurückgeholt von Altvater Yamanos, dem geistlichen Vater von Esfirmenu. Lobeshymne Der heilige Abramios, der Klausner Der heilige Abramios verließ seine Braut und weihte sein Leben strikter als Käse. Durch sein asketisches Werk rettete er sich und führte andere Weise zur Erlösung. Dämonische Kraft griff den Heiligen an, doch im Namen Christi zerschmetterte er sie. Der Dämon nahm verschiedene schreckliche Masken an, um den Namen Gottes zu ängstigen und zu behindern. Doch dieser Gottesmann erlaubte sich keine Furcht, keine Trennung seines Geistes von Gott, sondern wie eine Fackel leuchtete er der Welt, verherrlichte den einen Gott die allheilige Dreiheit. Gefangen allein von der Welt nicht gewollt, wurde Abramios um Christi willen ein Gefangener 50 Jahre lang, 50 Jahre. Tränen, Fasten und Kämpfe, alles für den Sohn Gottes, 50 Jahre lang, 50 Jahre. Auf Christus gegründet, dem festen Fundament, Ehre sei Abramios, dem Soldaten Christi, da er auf der sterblichen Erde uns um Sterblichkeit gezeigt hat. Betrachtung Wer aber bis zum Ende beharrt, der wird gerettet werden, sprach der Herr. Matthäus 10, Vers 22 Der Glaube ist das einzige Licht, das die Beharrlichkeit erleuchten kann. Denn Beharrlichkeit als Selbstzweck wird zu unerträglichen Finsternis. Der Glaube ist der leuchtende Stern in dieser Finsternis. Der Glaube mildert die Schärfe des Leiden und trägt auf sein Schwingen das ganze Gewicht der Beharrlichkeit. Der heilige Abramios bietet uns ein wunderbares Beispiel der Ausdauer in der Beharrlichkeit. Der Teufel inszenierte für ihn verschiedene Arten von Versuchungen und Schrecken, sodass er nahe daran war, den Ort, an dem er sich niedergelassen hatte, zu verlassen und anderswohin zu ziehen. Doch Abramios ging nicht fort, um nicht den bösen Dämonen ähnlich zu werden. Er blieb an seinem Ort und überwand den Teufel. Der Bischof dieser Gegend schickte Abramios in ein heidnisches Dorf, damit er versuche, die Bewohner zum christlichen Glauben zu bringen. Nach langem Widerstreben machte sich Abramios auf den Weg, wobei er sprach, Möge Gottes Wille geschehen. Ich gehe dorthin im Gehorsam. Er baute zuerst eine Kirche im Dorf und dann stürzte er die Götzen vor den Augen der Dorfbewohner um. Sie verprügelt ihn und schlugen ihn grün und blau und warfen ihn halbtot aus ihrem Dorf. Doch er betete unter Tränen zu Gott, für sie, dass Gott die Augen ihrer Herzen öffnen möge, damit sie die Wahrheit Christi erkennen. So schlugen und verspotteten ihn die Heiden drei Jahre lang, ohne daran nachzulassen. Er aber betete ständig für sie zu Gott und zürnte nicht gegen sie. Er war beharrlich in seinem Glauben wie ein fester Fels. Erst nach vollen drei Jahren erhielten seine Mühen und Tränen, sein Flehen und sein Glaube ihren Lohn, denn plötzlich wurden die Dorfbewohner erweckt und alle gingen gemeinsam zu Abramius. Vor ihm niederfallend baten sie ihn, sie im christlichen Glauben zu unterrichten. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die schreckliche Strafe, mit der Paulus den Zauberer bestrafte. Apostelgeschichte 13 Wie ein hebräischer Magier den Prokonsul Sergius in seinem dunklen Bann hielt, wie Paulus durch seine Worte den Zauberer blinden ließ, wie der Prokonsul dieses Wunder sah, zum Glauben an Christos kam und getauft wurde. Homilie über die Herrlichkeit des Namen Gottes Gesegnet sei der Name seiner Herrlichkeit in Ewigkeit für alle Zeit und voll von seiner Herrlichkeit sei alle Welt. So sei es, so sei es. Psalm 71, Vers 29 Aus dem von Gnade erfüllten Herzen des Propheten strömen Worte voller Gnade. Der Prophet spricht über den König und den Sohn des Königs, über den außergewöhnlichsten König, der jemals auf Erden erschienen ist. Gesegnet sein wird sein Name in Ewigkeit, sagte der Prophet zuvor. Dann, als hätte er nicht genug gesagt, beginnt er von Neuem und fügt hinzu. Der Name seiner Herrlichkeit. Die Kirche Christi ist die Herrlichkeit Christi. Gesegnet ist seine heilige Kirche. Die Frucht seiner Mühen, die Krone seiner Erniedrigung, das Werk seiner Hände, die Blume seines Bluts. Gesegnet ist der Name seiner Kirche selbst, heilig und rettend. Und mit seiner Kirche, das bedeutet, mit seinem Werk und seiner Herrlichkeit, wird die ganze Welt erfüllt werden. Mit den Worten in Ewigkeit und für alle Zeit sagte der Prophet das unsterbliche Werk Christi voraus, seine Kirche. Sie wird in der Zeit erbaut und offenbart werden in Ewigkeit. Sie wird bis zum Ende der Zeit errichtet und in der Ewigkeit in ihrer Vollständigkeit offenbar werden. Und meine Brüder, lasst uns danach streben, dass unsere Seelen in die Kirche Christi eingefügt werden, in diesem lebendigen und unsterblichen Leib, dessen Leben kein Ende hat und dessen Schönheit unbeschreiblich ist. Lasst uns darum bemüht sein, dass wir nicht als ungeeignet und nutzlos verworfen und in den Abgrund der ewigen Finsternis geworfen werden. O Herr Jesus Christus, du König und Sohn des Königs, schreibe auch uns im Buch der Unsterblichkeit ein und gedenke unser in deinem himmlischen Reich. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.